Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Kai Dierich und heute beschäftige ich mich ein bisschen mit dem Thema KI. Ich werde mich in dem S.A.L. sehr stark auf den Artikel von Frau Dr. Irene Teich fokussieren bzw. beziehen. Sie hat dazu einen sehr interessanten Artikel geschrieben mit dem Titel Meilensteine in der Entwicklung künstlicher Intelligenz. Ich kann den nur empfehlen. Also der ist wirklich gut gewesen, auch wie leid. Wie funktioniert eigentlich eine KI? KI ist, wenn wir uns das Ganze historisch mal anschauen, eigentlich ein ganz einfaches Modell. Historisch gesehen fängt hierbei nämlich alles bei Leibniz an, aus Ansicht der Kmaler Quellen, welcher sich erstmal damit theoretisch auseinandersetzt, also als Gedankenmodell. Hier zieht er ein kleines Zitat von ihm. Wahrheiten der Vernunft wie in der Arithmetik und Algebra, so auch in jedem anderen Bereich, in dem geschlossen wird, gemüßtermaßen durch Enker Kühl, Zitat Ende. Das Zitat ist im Übrigen aus dem Artikel Leibniz 1996. Diese Ideen aus dem 17. Jahrhundert von 1943 von den Wissenschaftlern McCulloch und Pitts erweitert, welche ein neues Modell aus drei Disziplinen schufen. Die drei Disziplinen waren die Physiologie und Funktionen von Neuronen, dann als zweites die formale Analyse von Prädikantenlogiken und Funktionen von Neuronen und als drittes die Theorie of Computation, welche Probleme mithilfe von Algorithmen löst. Für künstliche Neuronen und Netzwerke wurde 1949 Donatebs sehr wichtig. Als dieser die Eigenschaft von Neuronen beschrieb, sich nach einer Verbindung effizienter zu verbinden, erneut. Also sie konnten sich nach einmaligen oder mehrmaligen Verbindungen noch besser verbinden, als es das vorher war. Minsky und Edmunds setzten das Konzept ein Jahr später in Form eines Computers in Harvard um. Dort haben sie dann einen Computer quasi gebaut und diesen mithilfe einer KI quasi betrieben oder einem Modell. Für das Thema AI wurde die Dartmorph-Konferenze wichtig, weil dieser Mann jeden Lernaspekt so genau wie nur möglich beschreiben wollte, sodass dieser mehr schnell nachgeamt werden konnte. Also durch Computer- oder KI-Systeme sollte jeder Lernaspekt, den es überhaupt gibt, so gut wie nur möglich nachgeamt werden. Eines der bekanntesten Programme damals ist ELISA. Entwickelt von Joseph Walzenbaum, konnte ELISA einfache Fragen beantworten, mithilfe von vorprogrammierten Regeln und Informationen. Viele Menschen vertrauten tatsächlich erschreckenderweise ihre intimsten Informationen ELISA an. ELISA wird auch in der Serie Young Sheldon erwähnt. Der Bruder von Sheldon macht dies tatsächlich auch und datet diese AI oder KI ELISA tatsächlich sogar. Entschuldigung. 1973 entwickelten Colmora und Rossell zusammen mit Robert Kowalski die Programmiersprache Prolog, welche mithilfe der Technikresolution besser Texte analysieren konnte. Genau genommen wurden hierbei logische Ausdrücke weit besser verarbeitet, als es vorher möglich war. Mit dem Beginn der 1980er Jahre begann das Thema KI sich auch unternehmstechnisch bzw. überhaupt im Unternehmen sehr beliebt zu machen. Allerdings erbte die Nachfrage aufgrund falscher Versprechungen und Versprechungen, die nicht möglich gemacht werden konnten, je ab. Es gab einfach damals noch nicht so die Technologie, um das Ganze umzusetzen. 1992 wurden in der Gesellschaft für Informatik eine Fachgruppe gegründet, die sich vor allem in der Forschung stark damit auseinandersetzte, wie man Multiagentensysteme besser und effizienter baut. Also kurz gesagt, KI-Systeme koordiniert zusammenarbeiten können und das effektiver. Also viele KI-Systeme arbeiten besser zusammen. Auch die Fähigkeit der multiplen Problemlösungsstrategien wurde in dieser Forschungsgruppe erforscht. Es gibt natürlich aber auch noch viele weitere Themen, aber ich hielt diese beiden Forschungsthemen als nennenswert an. Die restlichen Themen waren auch sehr wichtig. Bis 2010 fokussierten die Forschenden ihre Arbeit stark auf die Wissensverarbeitung und ein Ergebnis dieser Bemühungen sind Content-Management-Systeme. Aus meiner Ansicht ist dieses einfach auch ein weiteres Ergebnis, auch JetGPT, weil JetGPT ist auch tatsächlich aus meiner Ansicht ein Wissensverarbeitungssystem. Aber so sehe ich das Ganze. Das muss nicht richtig sein. Nach 2010 standen wiederum geeignete Mittel zur Verfügung, um überzeugende KIs zu entwickeln. Der Markt nutzte dies und sorgte dafür, dass KI mehr als nur ein Forschungsthema war. Beziehungsweise machte der Markt KI marktfähig. Wie es bereits also bekannt ist, wird KI in nahezu allen Zweigen der Informatik genutzt. Frau Dr. Irene Teich hat hierzu auch im Artikel so ein bisschen angeschnitten, was für Möglichkeiten es gibt, KI anzuwenden. Aber welche Möglichkeiten gibt es auch in der sozialen Arbeit? Ich bin ja ein Student der sozialen Arbeit, deswegen würde ich ja auch nochmal kurz sagen, wie man auch bei uns in unserer Profession so ein bisschen KI nutzen kann. Hierfür kann man sagen, dass es viele Möglichkeiten gibt, aus meiner Ansicht nach. Sozialarbeit ist ein riesiges Feld, welches sich aus vielen Professionen zusammensetzt. Sozialarbeit hat ja deswegen Zusammensetzt, weil wir lernen aus den Erziehungswissenschaften, aus der Soziologie, aus Praxismöglichkeiten. Wir lernen aber auch aus Menschen, aus theoretischen, geschichtlichen Ansätzen, sozialwissenschaftlichen Ansätzen, bla 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 etc. Sozialarbeit findet nämlich auch zum Beispiel im Kontext der Wohnungslosenhilfe statt. Hierbei können KI-Systeme den Datenstrom, also zum Beispiel wenn man viele Daten, wie es gibt ja viele Wohnungslose, wenn man das alles verarbeiten muss, kann man mit KI das vielleicht besser noch, noch besser verarbeiten und effizienter, sodass die Sozialarbeiter mehr Zeit haben, sich mit den Leuten zu beschäftigen. In der Eröffnung Kinder- und Jugendhilfe, wo ich ja auch als Praktiker und wo ich zum Praktikum mache, können KI-Systeme für den kreativen Einsatz auch genutzt werden, zum Beispiel. Zum Beispiel können Schulungsmethoden im Umgang für einen sicheren Umgang mit Medien eingesetzt werden, aber auch in kreativer Hinsicht kann man sich durchaus austoben mit der KI als Sozialarbeiter. Zum Beispiel gibt es die App Song und Nvidia Canvas Song, das ist eine App, welche Songs generiert anhand vorprogrammierter Parameter, die kann man auch zum Teil selbst festlegen, oder Nvidia Canvas, wo man ein paar Pinselstriche macht und es wird eine Landschaft oder ähnliches generiert. Beide werden, beide Programme oder Apps werden damit, dass sie mit KIs und KIs arbeiten. Wie ich bereits im letzten Video erwähnt habe, gibt es natürlich auch noch ChatGPT, was nicht zuletzt für Schlagzeilen sorgte. Hier ist natürlich auch ChaosGPT durchaus ein Thema, was auch durchaus in der Kritik stehen könnte. So einigte sich die EU erst kürzlich auch auf ein erstes KI-Gesetz in Hinbezug auf die Benutzung bzw. auf den Einsatz von KI. Dieses Gesetz muss aber zum Teil auch noch durch viele Stellen durchgedrückt werden. Hierbei bedenkt man, dass KI von überall aus her Informationen beziehen kann, jedoch ohne Quellen dabei zu erwähnen, ist dies, finde ich, aus meiner Sicht sehr bedenklich. Hierfür sei der Verweis angebracht, dass rund 62% aller Schülerinnen und Schüler die KI für Hausaufgaben nutzen und 27% dieser zur Recherche an uns verwenden. Die KI, diese Statistik ist übrigens von Bitkom. Ein positiver und negativer Punkt zugleich, wie ich finde. Die KI gibt, wie ich bereits vorher erwähnt habe, keine Quellen an, sondern spuckt nur Informationen aus, ohne die Möglichkeit der Rückverfolgung der Informationen. Somit ist ein gutes wissenschaftliches Arbeiten nicht möglich und aus meiner Ansicht auch nicht die Vorbereitung für ein wissenschaftliches Arbeiten. Denn wenn man in der 11. oder 12. Klasse ist und dann so ein bisschen schon mit Quellen arbeiten muss oder möchte, also mehr als Wikipedia, dann ist eine Wissenschaft, sind Quellen sehr wichtig. Im Folgenden werde ich oder gleich werde ich mit Frau Prof. Dr. Riechter von der EVH Bochum über die Ethik der KI reden und besser gesagt zu ethischen Fragen über Themen der KI. Diese Informationen, die ich jetzt gerade verwendet habe, entstammt, wie gesagt, im Artikel Meilenstein der Entwicklung künstlicher Indigenz. Ich beziehe mich auf das Kapitel Entwicklung und auf vorhergehende Artikel. Weitere Quellen sind Tagesschau und zum Teil leider auch Wikipedia, aber auch nur, um ein Thema zu überprüfen. Ich hatte leider nicht die Möglichkeit, keine Konsultation mit Frau Dr. Irene Teich. Ich habe irgendwie nicht so gute Informationen, Kontaktmöglichkeiten gefunden. Daher nutze ich den Artikel. Diesen kann ich aber auch nur empfehlen. Ich hoffe, ihr konntet euch ein wenig mit dem Artikel besser aussehen. Ihr konntet ein bisschen mehr über das Thema jetzt KI erfahren und hoffe, dass euch das Interview gefallen wird. Bis zum nächsten Mal. Hallo und herzlich willkommen, Frau Prof. Dr. Richter, zu diesem Interview. Vielleicht kurz was zu Ihrer Person. Sie sind ja an der EVH tätig und für Politikwissenschaften und Sozialpolitik und haben ja auch einen relativ beeindruckenden Lebenslauf. Sie waren ja bei Dr. Heiner Minsen und Frau Prof. Dr. Katja Sabich in der Promotion mit dem Titel Institutionalisierung von Vertrauen und einer vertrauenssoziologischen Analyse von Konstrukten und Praktiken in Organisationen. Und daher freue ich mich sehr, dass Sie heute teilnehmen wollen und würde gleich erst mal mit der ersten Frage starten. Und zwar, wie hat sich KI überhaupt erst mal so entwickelt in der Zeit generell? Also wie hat das Ganze angefangen? Naja, ich bin ja keine Informatikerin und keine Datenexpertin. Ich bin, wie Sie schon sagen, ich bin eher Organisationssoziologin und kam auf das Thema Digitalisierung vorrangig als Sachverständiger für den dritten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung, der sich mit der Frage der Gleichstellung in der digitalen Wirtschaft beschäftigte. Und da konnte ich im Austausch mit den KollegInnen aus Jura, Wirtschaftswissenschaften, Ökonomie, Kultursoziologie, Männerforschung, eine ganze Menge lernen über die historischen Hintergründe. Aber ich bin natürlich nicht KI-Historikerin oder Datenhistorikerin. Deswegen kann ich sagen, für mich sind aus einer soziologischeren Perspektive ganz wichtige Maßgaben Ada Lovelace, die erste Mathematikerin, die sozusagen die Grundlagen für den ersten Algorithmus erschaffen hat, die nachher Lord Byron heiratete. Das ist alles schon so viele Jahrhunderte her. Sicher bemerkenswert ist auch die Idee des Schachtürken, der Mechanical Turk, in der ja im Grunde genommen ein Fake war, würden wir heute wohl sagen. Dort gab es einen großen Tisch, an dem man Schach spielen konnte. Und es wurde fingiert, es würde eine, naja, eine Robotik, eine, wie wir wahrscheinlich sagen würden, künstliche Intelligenz, dieses Schachspiel mitspielen. Was man aber nicht wusste, war, dass damals in dem Korpus dieses Schachtisches ein Mensch saß, der von unten die Schachfiguren mechanisch bewegte. Also es ist so ein bisschen der erste Fake gewesen. Es hat sich dann deutlich weiterentwickelt. Ich finde noch sehr bemerkenswert und erwähnenswert, Josef Weizenbaum, nachdem auch das Weizenbaum-Institut oder die Weizenbaum-Institute benannt sind, die sich ja sehr stark mit Datenethik beschäftigen, mit der Frage von einer sich wandelnden Gesellschaft in einer Welt der Daten. Josef Weizenbaum, der mit seinem Experiment Elisa, den ersten Roboter erschuf, der vermeintlich interaktionsfähig war. Und was für mich als Soziologin an diesem Experiment so spannend und bemerkenswert ist, dass Weizenbaum Elisa oder das Experiment um Elisa wieder beendet hat. Da kann ich gerne noch ein bisschen mehr zu sagen, falls es für sie von Interesse sein sollte. Aber das sind für mich so die großen Marker auf dem Wege zu einer künstlichen Intelligenz, wie wir sie jetzt haben. Und jetzt ist sie ja gerade sehr auf der Überholspur, wenn ich an Schlagwörter wie Chat-GPT und so denke, auch der Deep-L-Algorithmus. Sie werden besser, weil auch die Deep-Learning-Algorithmen besser werden. Das würde ich gerne noch dazu anmerken, dass ja zum Beispiel eine Universität, das hatten wir erst gestern in der Uni-Gruppe gehabt, dass eine Universität tatsächlich die Bachelorarbeit abgeschafft hat, eben aufgrund der Versuchung zu suchen mit KI. Und das zeigt ja nur, dass KI sich weiterentwickelt hat, enorm. Aber auch der Ansatz, den Sie ja gerade gesagt hatten, dass ein Mann darunter steht, der das Ganze so lenkt, das ist ja auch wieder diese ursprüngliche Idee von KI, dass der Mensch das immer lenkt. Genau, dazu sind ja zwei Begriffe, finde ich immer sehr bemerkenswert und auch gerade für unsere Berufsgruppen wichtig, nämlich dieser Technik-Determinismus versus soziotechnischer Ansatz. Beim Technik-Determinismus soll es ja gezielt darum gehen, zu schauen, wie weit kann Technik kommen? Wie gut kann man sie noch trainieren? Was macht ein tief lernender Algorithmus eigentlich? Wir können das ja gar nicht rekonstruieren. Es ist ja eine Blackbox. Die trainierenden Informatiker können vorher programmieren und sie können nachher sehen, was dabei rauskommt. Aber was in der Blackbox passiert, das ist ja nicht rekonstruierbar. Und das ist meines Erachtens sehr gefährlich oder sehr schwierig. Aber man will gucken, wie weit man kommen kann. Der soziotechnische Ansatz hingegen sagt ja immer, was braucht eigentlich der Mensch? Welche Bedürfnisse hat er? Welche Bedarfe hat er? Naja, und wie kann Technologie hier möglicherweise unterstützen? Und klar haben Studierende das große Interesse daran, sich die Arbeit leicht zu machen. Das kann ich total verstehen. Ich habe auch mal studiert. Gleichsam ist es vielleicht für eine verantwortungsvolle Gesellschaft, die auch Expertise braucht und Expertinnen braucht, auch interessant zu wissen, jemand hat sich da seinen Status erarbeitet und verdient und nicht über eine KI schreiben lassen. Und allein da müssten wir jetzt schon innehalten und aushandeln, was spricht für und gegen Qualifikationsarbeiten oder für Hausarbeiten als Prüfungsformen. Und KI ist dann eher die Bildfläche, auf der das Ganze diskutierbar wird. Aber die grundsätzliche Frage dahinter, wie stellen wir sicher, dass bestimmte Qualifikationen erreicht werden, ist eine hochanaloge Frage. Das finde ich auch. Und ich habe mich auch damit beschäftigt tatsächlich. Wenn man nämlich im Hinblick auf die Schule sich das Ganze ansieht, ist ja Schule nochmal was anderes als Uni, wo man ja den ganzen Stoff sehr doch reingedrückt bekommt und sehr irgendwie, alles ist geplättet auf einen gewissen Grad. Und wenn man das mit der KI dann nochmal irgendwie verändert, weil KI ja alles an sich fast schon ungefiltert einem darlegt zum Teil, ist das natürlich auch wieder auf eine Weise dann wieder kritisch, weil diese ganzen Informationen dann zu viel sein könnten und nicht das sind, was man unbedingt braucht für sich als Schule. Und Herr Dierich, was mir dazu dringend erwähnenswert erscheint, KI ist ja nur das eine. Das Internet und Social Media sind ja noch ganz andere Dinge. Und ich glaube, wer heutzutage als junger Mensch startet, der Schulklasse von meinem Kind, ist jetzt die dritte Schulklasse, es ist nur noch ein weiteres Kind ohne eigenes Smartphone da. Alle anderen sind bereits in der ersten Klasse ausgestattet worden. Das ist sehr jung. Und da drin ist viel. Man legt einem kleinen Menschen, zumindest wenn man nicht etliche Einstellungen verändert am Smartphone, damit die Welt von Krieg, Pornografie, Übergriffen und Gefahren in die Hände, in die Hände eines Kindes, ohne dass man ihm vorher Medienkompetenz beibringen konnte. Da braucht es gar nicht mal die KI an sich, sondern da reicht schon Social Media oder das Internet, um zu sehen, dass junge Menschen sicher hier einen großen Begleitungsbedarf haben und man eine sehr verantwortliche Pädagogik, Elternrolle, Gesellschaftsrolle auch in der Schule sehen muss, wie Medienkritik, Medienkompetenz ausgebaut werden, bevor man damit anfängt oder während man damit anfängt. Mein Votum ist nicht so spät wie möglich zu beginnen, aber ich muss noch nicht mal über die Bewertungsmaßstäbe von KI nachdenken, um zu ahnen, dass auch schon Social Media für junge Menschen mit den ganzen Influencern, mit den Eindrücken, die kommen, mit der Frage, welche behaupteten Fakten, alternativen Fakten sind eigentlich noch Fakten und nicht eigentlich massiv befordernd sein müssen. Da bin ich ganz dankbar, dass ich selber nicht mehr ein junger Mensch bin und noch ohne Internet und ohne Social Media aufwachsen konnte. Ich glaube, da kann ich als bestes Beispiel meine kleine Cousine nennen, die tatsächlich auch sich schon sehr früh mit dem Internet oder generell mit technischen Geräten so beschäftigt hat. Und das hat mich schon fasziniert auf einer Seite, weil ich sage jetzt nicht, dass es ein Fakt ist, aber ich würde behaupten, dass in Amerika schon sehr, sehr, sehr früh mit dem Internet dort bei kleinen Kindern angefangen wird. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir hier in Deutschland früh oder mittel damit anfangen, auch mit dem Mittelweg damit anfangen, Kompetenzen auch auszubauen, wo Kinder, wo sie sie brauchen. Ja, weil es einfach richtig ist. Tun wir gerade noch nicht. Tun wir gerade noch nicht. Ich habe selber einen Bauflotz gestaunt, als ich in der PKP-Gruppe war. Das ist so ein Prager Elternkindentwicklungsprogramm für Kinder zwischen 0 und 1 Jahren. Da geht es darum, dass die Kleinen mal ohne Windel durch einen viel zu heißen Raum robben und ihren Körper erfahren können. Also auch wieder was Hochanaloges, dass das Bedürfnis der ganz kleinen Menschen ist. Oder als entwicklungsförderlich gilt, ihnen das zu bieten. Und da hatte ich dann Mütter um mich herum, die teilweise ja deutlich jünger waren als ich, Mitte 20, Ende 20. Und die fanden das ganz toll, ihrem Kind diese sogenannte Tony-Box zu geben. Das ist so eine Würfelbox, die aus einer Technologie der 70er, 80er Jahre entstammt, die aber jetzt als toll gilt, weil man so kleine Spielfigürchen auf diesen Würfel aufsetzen kann und dann spielt in einem etwas anderen Format eigentlich eine CD, wenn man ehrlich ist. Und die fanden das eine tolle, sie haben es genannt Medienkompetenz und Netzkompetenz, dass ihre Kinder diesen Würfel, der etwa handgroß ist, bedienen können. Und sie bedienen diese Tony-Box, indem sie rechts und links draufschlagen. Dann springt sie vor und zurück. Also eine ganz triviale Tätigkeit, die vielleicht so ein bisschen an das Wischen auf dem Display erinnern mag, aber die natürlich noch gar keine, also das mit Kompetenz und vielleicht sogar mit dem Begriff Medienkompetenz zu vereinen, ist natürlich absurd. Aber diese jungen Frauen fanden das so und wenn ich aber sehe, dass zum Beispiel England, Großbritannien, vor ein paar Jahren mit Unterstützung der BBC, dieses auch Wissenschaftssenders, ne? Ja, ja, BBC kenne ich. Genau, BBC hatte die sogenannte Inventors-Box rausgebracht. Das war eine kleine Pappbox. Und in dieser Pappbox war mehr oder minder ein Bausatz, wie wir das eigentlich aus Lego oder so kennen. Oder wenn sie kleine Elektro-Bahnen fahren, das machen ja Kinder noch teilweise, ne? Dass sie dann diese elektrischen Bahnen aufbauen. So eine mehr Klimanbahn möchte ich mir da vor Augen führen. Die hatten in diese Inventors-Box kleine Dioden reingepackt und kleine Platinen und mehrere Schalter und haben auf die Art, also haben diese BBC Inventors-Box an alle Schulen ausgestreut, kostenfrei. Und alle Lehrer wurden direkt beschult, wie sie mit der Inventors-Box umgehen. Und auf die Art wurden die Kinder in die Lage versetzt, sozusagen erste Wenn-Dann-Bedingungen zu formulieren. Also mit der Platine und mit den Kabeln und vielleicht auch einem kleinen Schirmchen, das leuchtet und sich dreht, zu erschaffen, wenn der Computer hochfährt, möchte ich bitte mit einem Smiley begrüßt werden. Wenn ich den Computer wieder runterfahre, möchte ich, dass mein Smiley mir ein Küsschen gibt und rot blinkt. Das heißt, sie haben eine ganz frühe Wenn-Dann-Bedingung kennenlernen können im Unterricht, um zu erkennen, dass jeder Binärcode menschengemacht ist und dass auch künstliche Intelligenz nicht objektiver, künstlicher, überirdischer oder sonst wie ist, sondern sie sind ganz basic daran geführt worden, dass alles, was wir hier virtuell haben, Menschenmachwerk ist mit all den Fehlern. Wenn ich meine Wenn-Dann-Bedingungen falsch formuliere, habe ich den Fehler drin. Und das ist sicher ein ganz toller Bildungsansatz gewesen, weil der eben bei den Grundlagen von Programmieren startete. Das haben wir, glaube ich, in Deutschland so nicht. Das haben wir tatsächlich definitiv nicht in Deutschland so. Ich meine, dass ich das in der, ich habe mir irgendwie die Digitalstrategie beziehungsweise die Strategie für das Erziehen von Kindern im Medienbereich durchgelesen und da stand das auch so ähnlich drin, man soll Medienberater oder ungefähr, man soll halt Medienberater einstellen, um Medienkompetenzen zu stärken. Und zu dem Wenn-Dann-Thema, das ist ja tatsächlich das grundlegendste Aufgabenangebot, was man hat in der IT, dass man, wenn ich zum Beispiel diesen Code eingebe, dann geht dieser Code weiter in eine andere Stelle. Und was wir im Social-Media-Bereich haben, ist ja so, da gibt es ja ganz viele Algorithmen, die uns Werbung vorschlagen und auch Werbung ja quasi vermitteln. Und die basierend auf unseren, auf unsere Suchen sind. Und das ist ja schon das, was ganz grundlegend, also wenn ich zum Beispiel das gucke, dann passiert das, dann passiert diese Werbung quasi. Also baut irgendwie ja doch alles aufeinander auf. Und Empfehlungs-Algorithmen, ne? Und es hängt nur davon ab, mit welcher IP-Adresse sind sie gemeldet, hängt bei ihnen hinten ein Apple-Endgerät dran oder ein günstiges von Medion und schon bekommen sie unterschiedliche Empfehlungen. Das ist eine hochmanipulative Geschichte, bei der wir auch wissen, dass Menschen sich verführen und manipulieren lassen. Zum einen, weil es die Komfortzone bespielt. Und ich kann auf die Art genau die Produkte empfohlen bekommen, zu denen ich mich gerade sowieso informieren möchte. Das macht es ja für mich leichter. Und auf der anderen Seite reflektiere ich möglicherweise gar nicht ausreichend, wie ich auf die Art auch Spielball von Marktinteressen werde. und vielleicht nicht eine 360-Grad-Kritik an Produkten oder an empfohlenem Content entwickeln kann, wie wenn ich mich selber an die Recherche mache. Und das sind ja grundsätzliche Einsichten im Umgang und in der Bewertung von allem, was im Netz passiert. Wir können eigentlich ohne, dass junge Menschen gar nicht in die Gesellschaft entlassen, ohne diese ganzen Gefahren, ohne diese ganzen Manipulationen. Das Blöde ist nur, dass kaum einer von den Größeren das wirklich durchdringt. Und die ganz große offensive Medienbildung und auch ernst nehmen von dem, was uns vielleicht auch in die Diskussion bringen müsste, worüber wir innehalten müssten, worüber wir diskutieren müssten. Wie viel Technik-Determinismus wollen wir? Wo wollen wir vielleicht auch mal was nicht machen, weil es soziotechnisch für uns nicht gut ist? Diese Debatten, da sind wir ja noch gar nicht, weil wir echt hinten anstehen, was als, naja, eine medienkompetente Gesellschaft gelten kann. Das ist schade. Da ist gesellschaftlicher Wandel und auch ein Nachholen sicher nötig. Das ist definitiv so. Und wenn man sich dann, also ich weiß nicht, ob man die aktuelle PISA-Studie tatsächlich so hinzuziehen kann, aber die aktuelle PISA-Studie ist ja quasi sehr schlecht ausgefallen. In einigen Ländern, vor allem in Deutschland zum Teil. Und hier zeigt sich ja doch vielleicht ein Bild wieder, dass man entweder mehr digitaler oder halt mehr analoger lernen müsste. Also ich möchte das sogar noch erweitern, Herr Dierich. Wir haben da noch weitere Studienergebnisse. Sicher bemerkenswert ist das Haus der kleinen Forscher in Berlin. Das heißt mittlerweile Stiftung Kinder forschen. Die haben den Digitalpakt Kinder und auch den digitalen Schutz für Kinder im frühkindlichen Bildungsalter entwickelt, aber haben auch gezeigt, wie und mit welchen Maßstäben, aber auch mit welchen Herausforderungen frühkindliche Digitalbildung stattfindet. Aber wir wissen schon ganz viel. Dann haben wir die KIM- und die GYM-Studie vom Deutschen Jugendinstitut, die seit Jahren beforschen, wie die Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen sich entwickelt. Und die Ergebnisse sind doch recht alarmierend, wenn man sieht, dass auch schon Kinder und Jugendliche über vier Stunden pro Tag im Netz verbringen. Gamend, sich informierend, shoppend, kommunizierend. Das ist aber für Kinder im Grundschulalter eine ganz schön lange Zeit, muss man sagen. Und zu der KIM- und der GYM-Studie vom Deutschen Jugendinstitut kam jetzt auch noch der Vorlesemonitor. Der Vorlesemonitor zeigte, dass die Eltern sehr wenig vorlesen, dass auch wenig Interaktion, auch mimisch mit den Kindern passiert. Dadurch auch motorisch scheinbar, das sagen wiederum die Mediziner und die Entwicklungspsychologen, motorisch jetzt erhebliche Defizite, sagen wir schon immer bestehen, aber sich mehr vertiefen. Also von daher PISA ist das eine. Aber wenn wir die Studienlage zusammenziehen, ergibt sich daraus ein Bild, bei dem tatsächlich darüber zu diskutieren sein wird, ob nicht auch Restriktionen, Verbote und Gebote vielleicht doch angezeigt sind. Das versucht man ja immer möglichst flach zu halten, auch zu Recht. Die selbstverantwortliche, mündige Gesellschaft, die über Kompetenzen, über Bildung in die Lage versetzt wird, mündig Entscheidungen zu treffen und das Richtige zu tun. Aber vielleicht sind hier auch viele Gesellschaftsmitglieder überfordert. Und brauchen wir vielleicht doch das, naja, Verbote und Gebote-Spiel. Was ja auch wieder zu dieser Frage treibt, wie die Verantwortung ist. Also nicht nur im Hinblick auf KI, sondern auch die Verantwortung in generellen, auf das Internet. Werde eigentlich die Verantwortung über das Internet? Es gab ja nie wirklich eine Person, die das, also es gab bestimmt eine Person, die das gestartet hat, das Internet. Aber der Person kann man natürlich jetzt nicht die Verantwortung für alles auferlegen, was im Internet passiert. Da ist immer die Frage... Und das muss auch nicht helfen. Also dann können wir eine Hexenjagd machen, können wir eine Person, wir können ja von mir aus Herrn Musk oder Herrn Bezos nehmen. Die könnten wir einfach mal nehmen und sagen, die sind jetzt schuld an allem, aber das sind sie ja nicht. Das sind ja schon wir alle in unserer Alltagspraxis, die wir uns schnell an der Nase rumführen lassen, die wir uns hinter der Anonymität des Netzes gerne verstecken, um unseren Hate und, naja, unsere Unwägbarkeiten loszuwerden. Das sind schon wir alle. Wir alle sind das Internet. Vor allem auch Hate hat im Internet durchaus, also nicht nur Hate hat vor allem nicht nur analog seine Möglichkeiten durchzudringen, sondern auch im Internet, wo, wie Sie ja bereits sagten, man nicht nur anonym ist, sondern ja auch schnell hat die Möglichkeit, Hate zu verbreiten und das sehr schnell. Das ist sowieso, glaube ich, eine ganz wichtige Achse, Herr Dierich, sich bewusst zu machen, dass ganz viele Probleme, die wir im Kontext vom Internet, Social Media und auch künstlicher Intelligenz haben, das sind alles ganz bekannte Probleme. Ganz alte gesellschaftliche Probleme, Ambiguitäten, Ambivalenzen, unaufgelöste oder vielleicht auch sehr polar geführte Diskussion, das ist alles irgendwie gar nicht richtig neu. Das, was durch das Internet an sich passiert ist, ist, dass alles sehr viel schneller wurde und sehr viel schneller verbreitet werden kann. Also Verbreitungsgrad und Geschwindigkeit sind immens verändert. Und es stellen sich einfach neue Fragen im Zusammenhang mit Umgangsweisen. Aber sozusagen die Grundkonflikte, und Sie sagen ja schon, Verantwortung ist ein ganz wichtiger, das ist überhaupt nicht neu. Darüber hat schon Josef Weizenbaum mit Elisa lange nachgedacht. Was auch wieder zu dem anderen Punkt bringt, wenn wir als Gesellschaft oder als Einzelperson keine Verantwortung aufbringen wollen oder können, wer macht das dann? So die Frage natürlich. Und ich glaube, es ist auch wichtig zu erwähnen, dass viele der führenden Technikunternehmen oder Technikbosse sich auch gerne aus der Verantwortung rausziehen. Ich sehe Elon Musk, der hat ja gefordert, dass man gegen KI Restriktionen will, obwohl er selbst die KI mitfinanziert hat und auch sehr gefördert hat in der Entwicklung bis zu einem kritischen Punkt. Er ist eher eine schwierige Figur, wenn wir uns sehen, wie er bei X, wie es ja mittlerweile heißt, Personalführung praktiziert, wie da die Selektionen gelaufen sind, wie er als Vorstandsvorsitzender auftritt, wie er auf der einen Seite Meinungen begrenzen will und gleichzeitig rassistisch auftritt. Das sind alles ganz, ganz schwierige Dinge, die eben auch zeigen, Personen sind sehr fehlerhaft und dürfen auch gar nicht in Personalunion mit dem Netz oder den Verantwortlichkeiten gebracht werden. Ich glaube schon, Herr Dierich, dass wir letzten Endes alle die Verantwortung tragen, denn wir sind zumindest hier in der westlichen Welt in einem demokratischen System und wir können ja diejenigen wählen, die sich für bestimmte Umgangsweisen mit auch KI, mit der Weiterentwicklung von KI einsetzen oder nicht. Wir haben den Deutschen Ethikrat, der ja die Politik wissenschaftlich berät und ja auch genau auf diese Achsen Verantwortung, Bio-Robotik und so weiter immer wieder verweist und Lösungen versucht zu entwickeln. Also da ist schon eine Menge Expertise und es liegt ja an uns, diejenigen zu wählen, die hier gut auftreten. Ob das sinnvoll ist, das Digitalministerium beim Verkehrsministerium anzusiedeln, da können wir allerdings gerne und lange hin erhalten. Vielleicht ist es da auch nicht optimal, nur weil wir mal von Datenautobahnen sprachen, es beim Verkehr anzusiedeln. Vielleicht ist da wirklich größerer Querschnitt. Es ist tatsächlich richtig, das Digitalministerium sollte vielleicht doch ein eigenes Ministerium sein und die sich nicht bei einem Ministerium abhalten, das irgendwie die Autobahn noch nie repariert hat. Wenn wir die Maut haben, ist es irgendwie Verkehr und irgendwie Datenautobahnen sind halt Verkehrsministerium. Aber man muss auch sagen, in allen Ministerien gibt es Digitalgremien und Arbeitskreise und Arbeitsgruppen, also überall ist Digitalisierung ein Querschnittsthema. Das wird nur relativ wenig, so scheint es mir, gerade aus der wissenschaftlichen Politikberatung heraus beobachtend, haben es vergleichsweise wenig gebündelt. Es gibt ganz viele Player und Akteure auch mit eigenen Interessen. Sie sprachen gerade schon von Marktökonomie und von den wirtschaftlichen Interessen, die da einzelne Personen haben. Aber das Ganze wirklich zu Strategien zu bündeln und abzuwägen und dann auch auf eine expertisierte Gesellschaft zu treffen, da sind wir noch nicht so ganz. Ja, das ist tatsächlich wahr, wenn man sich Einzelbetriebe im Fokus mal anschaut, da war das, das war glaube ich eine ganz interessante, nicht Strategie, sondern eine ganz interessante Statistik, die ich gesehen hatte, dass wirklich diese Betriebe Probleme haben oder sich noch schwer damit tun, überhaupt Digitalisierung voll dran zu treiben, weil es nicht nur daran liegt, weil es daran liegt, dass sie so klein sind, sondern weil es daran liegt, dass die Bundesregierung auch sich nicht sehr wirklich mit dem Thema beschäftigt, zwar schon beschäftigt, aber nicht so den Ausbau ermöglichen kann, den wir brauchen oder vielleicht wollen in einem Betrieb. Ja, weil wir wenig Order haben. Also wir sind es gewohnt, uns als Gesellschaft abzustimmen. Dann wollen wir Nachhaltigkeit, aber die Windkraft will trotzdem keiner im Garten haben wegen der Lautstärke und weil die Pfähler unschön aussehen. Wir sind das ja gewöhnt, das auszuhandeln. Und bisher hat niemand gesagt, wir haben hier was möglicherweise sehr Mächtiges vor uns oder wir machen es mächtig und bitte regeln das jetzt mal schlaue Leute, weil wir eigentlich lieber das selber regeln wollen. Nur wollen wir nicht den Arbeitssamweg dahin begehen und wenn wir die Hausarbeiten ganz abschaffen und die Bachelorarbeiten in Schriftform, weil die KI das schon noch besser kann, ist natürlich auch die Frage, was ist dann die Zukunftsvision? Welche klugen Leute sollen diese Verantwortung noch übernehmen können? Wer soll noch den Weitblick haben? Ich muss ganz kurz anmerken, dass wir nur noch sechs Minuten haben, weil das Meeting ja, das ist stimmt. Also vor allem im Hinblick auf Bachelorarbeiten, die ja doch einen sehr großen Beitrag zur Wissenschaft beitragen, vor allem vortragen und das dann vielleicht abzuschaffen ist zwar natürlich der KI geschuldet, aber das abzuschaffen bedeutet auch, wir wollen nicht mehr Wissenschaft haben. Ja, oder aber wir haben einfach nicht gut genug darüber nachgedacht. Ich nutze zum Beispiel mit meinen Studierenden, die Hausarbeiten weiterhin schreiben müssen in Soziologie und Politikwissenschaft, nutze ich bewusst ChatGPT und spreche mit ihnen über Experimente wie Right-Wing-GPT, was vor einiger Zeit stattfand. Wie neutral ist eigentlich ChatGPT, politisch gesehen? Uns fällt es nicht auf, wie freiheitlich-westlich ChatGPT antwortet, aber es hatte ein Wissenschaftler erforscht, dass man binnen eines Monats Right-Wing-GPT daraus machen konnte, nämlich ganz rechte Ansichten dort implementieren konnte. Das hat uns einfach die Grenzen vorgeführt, dass es nicht neutraler, objektiver und intelligenter ist als wir, sondern einfach nur ein Ergebnis von ganz viel Schwarmintelligenz mit all der Schwarm-Unintelligenz, die wir dann haben und ich lasse meine Studierenden in den Hausarbeiten ChatGPT bewusst nutzen, aber sie müssen dazu reflektieren und was ChatGPT nicht kann, ist transferieren, also Transfers zu machen, zum Beispiel von, und sie haben sich damit auseinandergesetzt, welche Wirksamkeit Kindergeld hat, jetzt versuchen sie das mal bitte auf den Sozialraum Bochum und hier auf die Hustadt und die besonderen Problemlagen der Hustadt. Besonders die Hustadt. Und da kann KI im Moment noch gar nichts und da braucht es eben auch die Expertise von Menschen, genauso auch bei einer Personalauswahl, das wäre auf jeden Fall ein Gegenstandsbereich, bei dem ich sagen würde, da sollte KI nie alleine und autark arbeiten können, sondern da muss immer ein Mensch nachher drauf gucken. Da sind einfach Grenzen von KI und möglicherweise machen wir es uns da auch zu leicht, wenn wir sagen, entweder Hausarbeit oder nicht, dann macht das die KI, sondern zu gucken, wie können wir es einbringen in neue Formen des Lernens und Prüfens. das ist auf jeden Fall in jeder Hinsicht wahr, vor allem wenn man mal im Hinblick, ich hatte das letzte Jahr war ich ja noch im ersten Semester und da hatte ich dann noch, da hatten wir die erste Hausarbeit bei, ich glaube, Professor Dr. Langanke, Dr. Dr. Langanke und in der, richtig, und er hat uns tatsächlich gesagt, oder so ähnlich gesagt, man merkt es halt, dass ChatGPT die Hausarbeit geschrieben hat und hat uns eindrücklich vorgewarnt, dass wir es nicht tun sollten. Das ist so. Man muss ja schreiben können, sie müssen nachher Konzepte schreiben können, sie müssen Anträge für ihre KlientInnen schreiben können, sie müssen Schriftstücke, die von den Ämtern, von den Behörden, von den Familienmitgliedern an unsere KlientInnen ergehen, die müssen wir ja verstehen können, wenn wir sozusagen aus einer Komfortzone oder Faulheit heraus uns es immer leichter machen, verlieren wir was. Das müssen wir uns auch bewusst machen. Wir verlieren unsere Selbstständigkeit. Ich glaube, für wissenschaftliche Fragestellungen ist es schon schwierig mit ChatGPT zu arbeiten. Man braucht ja nicht zum einen auch Quellen. Es geht. Also sagen wir es so, es hat ein Kollege von mir mal versucht, seine Habil nachzubauen, die Habilitationsschrift, also nach der Doktorarbeit noch. Und er hat an seiner Habilitation lange, viele Jahre gearbeitet. Und er sagt, er hat mit ChatGPT es so bearbeitet, dass er vermutet, dass binnen drei bis sechs Monaten die Habil sonst zustande gekommen wäre, statt sechs Jahre. Aber, dickes Aber. Er ist natürlich aufgrund seiner erworbenen Expertise in der Lage einzuschätzen, welche Quellen gut sind und einzuschätzen, welche Suchbegriffe hier richtig und wichtig sind. Und er kann mit all dem schon sehr kompetent, thematisch kompetent arbeiten. Wenn jemand das alles noch nicht kann und es in einer frühen Qualifikationsstufe arbeitet sich erst ein, kann er das alles nicht und kann entsprechend gar nicht diesen sehr präzisen Schnitt mit dem Skalpell durch die KI machen. Das heißt, das, was er da herausgefunden hat für sich, setzt unglaublich viel Wissen voraus und das haben Laien eben nicht. Das ist in jeder Hinsicht korrekt und ich glaube, generell, man braucht sowieso erst mal viel Wissen, um Verständnis von schwierigen Fragen zu erlangen. Das ist so meine Ansicht von dem ganzen Thema. Ja, und Bildung ist anstrengend. Das ist korrekt. Das ist in der Schule anstrengend, das ist im Studium anstrengend und es ist verführerisch zu sagen, wir machen es uns leicht, aber ich glaube, der Return on Invest ist sich da selber schwer zu machen, aber nachher auch in der Lage zu sein, zu bewerten, was da eigentlich vorgeschrieben, vorempfohlen, vorgekauft wird. Ich glaube, dafür lohnt es sich allemal. Das ist auf jeden Fall wichtig. Dann danke ich Ihnen auf jeden Fall für dieses Interview und dass Sie mir die Möglichkeit gegeben haben, nochmal so lieber in das Team einzutauchen. Ich danke Ihnen, Herr Dierich, das war ein schönes Gespräch. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß beim Weiterforschen. Dankeschön. Ich Ihnen natürlich auch. Danke.